Hallo, hier ist Ronja und wir machen heute weiter mit der Survival Branch hier auf Diversity und, äh, genau. Tops überlebt nicht. Oh, crazy. Das wusste ich, dass es passiert. Ja, oh. All players must be untele... oh my god. Wir teleportieren uns in die Survival-Welt. Das ist so extrem laut. Alles klar, hier steht ein... Hier steht, ich wollte nicht mehr länger warten. Bin in den Sumpf gegangen, um in den Nether zu gehen. Wenn ihr die braune Wolle wollt, könnt ihr mich dort finden. Äh, zentrales... ne, zentrale Insel mit dem großen Obsidian-Portal schwer zu verpassen. Alles klar. Hier... Das ist nur ein Quit-French. Okay, wir sind in der Survival-Welt. Das ist hier Survival. Ja, wir sind... Wir müssen hier rüber. Wir müssen... oh ja, da drüben ist das Portal. Ey, wir spielen Bad Wars. Wir spielen nicht Bad Wars. Was tust du denn da? Was tust du denn da? Abbaunen. Wir brauchen Blöcke. Ja. Wir bauen doch nicht die schöne... Hier, das ist unsere Essensfarben. Was machst du denn ab? Hallo? Überm Holz. Nö, wir brauchen kein Holz. Wir brauchen Erde. Okay. Wir haben zwei Queer. Okay, warte. Ich glaube, wir müssen die töten, bevor wir die töten. Ey, warte mal ganz kurz. Guck mal, das ist Survival. Das heißt, es muss ja irgendwie was anderes sein, als wir bauen uns einfach so ein Portal rüber. Das ist schön zu wissen. Hallo Küchen. Ich baue jetzt Pferde ab. Glaubst du was unter der Erde? So im Kern? Nein, du Baby-Kuh. Nein, dich denn nicht, Ronja, Baby-Kuh. Ja, ne? Oh nein. Baby-Kuh bricht aus. Kleine Ronja. Oh nein. In die Kleinen. Ey, schau, ich suche jetzt ein Dach Diamonds, okay? So, haben wir hier irgendwie Holz, um was draus zu craften? Ja, haben wir. Ja, haben wir jetzt hier. Ich habe jetzt hier auch was. Aber warum? Warte mal. Wir haben da drüben, da drüben... Nein. Was macht ihr? Ey, Flo nimmt mir meine ganzen Sachen weg. Das ist gemein worden. Ja, ich mag das nie mehr. Flo, ab in die Ecke und schäm dich. Ich habe eine Spitzsack jetzt. Das ist schön für dich. Aber immer... Ich mache eine Spitzsack. Ich mache eine Schaufel, weil ich nicht mehr Holz habe, weil mir jemand das geklaut hat. Oh. Ach so, ist aber blöd. Geht auch Bäume fällen. Ja, aber keine Bäume. Witzbeutung. Ich muss mich auch pflanzen. Ja, wie pflanzen wir die ab? Ja, Steuerung, äh, Steuerung geben. Steuerung Alte 4. Steuerung Alte 4. Grabt ihr euch schon in die Mine runter? Ja. Tups, nein! Was denn? Was ist denn los, Flo? Nee, wir müssen noch... Wir müssen Terraform, Flo. Wir müssen eine gerade Fläche machen, sonst sieht das kacke aus. Ja, ist echt so... Flo baut da so eine komische Höhle darunter. Genau, ja. Das gefällt mir überhaupt nicht. Mach mir da zu, Tups. Das ist überhaupt nicht das Tät. Nee, das ist überhaupt nicht das Tät. Ach so, ich gebe euch keine Diamonds ab, wenn ich welche finde, okay? Ja, weißt du, Fülle soll einfach keine... Von dir wollen wir gar keine Diamonds. Es könnte sein, ich weiß gar nicht, ob wir... Es könnte sein, ne? Sind das Steine unten? Ja, unten sind Steine. Ja, das sind Steine. Wir müssen auch noch runter, aber ich glaube, es ist besser, wenn wir dort abbauen. Weil es geschnitten hat. Wir brauchen trotzdem eine richtige Spitzhacke. Aufzus machen entscheidig. Hey, was ist das? Doch, hier ist was! Was ist denn da? Guck doch! Ich bin nicht unten. Ja, das ist nicht so. Du hilfst überhaupt nicht. Danke für nichts. So, ich habe jetzt hier Holz. Warte mal. Die Kamera aus der Welt fallen, ja, oder? Keine Ahnung. Du bist nur tags. Du bist nur hier gespawnt. Äh, ich bin fast drüben. Hä? Was ist denn jetzt los? Baut ihr ihr Bettabtobst? Ja, ich baue dir ein Bett ab. Wir müssen es rüberzutieren. Ich baue jetzt langsam. Hast du schon wieder ihr Bettabtobst? Nee, ich bin gleich dabei. Ich muss nicht noch rüberbauen. Nö, hier unten ist nichts. So ein bisschen Eisen, damit ich wieder das kaufen kann. Oh, ich bin so ein Idiot. Okay, never mind then. Weißt du? Hast du vergessen aufzunehmen? Ah! Nein, 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 nein. Ich habe nicht vergessen. Diesmal habe ich nicht vergessen aufzunehmen. Oh mein Gott. Ah, das macht mich gerade an Schrecken. Ich habe ohne Spitzhacke einen Stein abgebaut, weil ich gedacht habe, oh komm, ich habe jetzt keinen Bock, eine Spitzhacke zu machen. Dann war der Stein weg. Was ist Khorst, der hat Khorre? Weiß ich nicht. Klo. Nein. Was gut ist. Diesen Zombie Pigment. Ja. Was macht der so? Oh nein. Hauptsache Fluch fliegt die einen. Das wollte ich nicht. Greifen die mich jetzt auch an? Ah, jetzt ist doch hier. Warte, ihr seid jetzt schon rüber. Ja, hier ist ein Hühnchen. Baut das Bett ab, baut das Bett ab. Ja. Und der Rote greift an. Ja, der Rote Team ruft an. Oder helft mir, oder helft mir, die komische Viecher. Warum ist hier so komisch Sumpfwasser drin? Oh nein, die Spitzhacke ist broken. Die Spitzhacke ist broken. Okay, also das ist nochmal schwach. Aber haben wir hier irgendwo einen Crafting-Block? Du formst die Dias, ich die Emeralds, okay? Wir haben hier weder noch. Du musst auch die Fallzweifel. Du musst es umwandeln. Oh, hab's ja. Ja, wusste ich. Es ist eine Weile her. Hätt ich spawnet. Jetzt hast du auch eingebaut. Oh bitte, Florian. Du. Ich sage nichts. Da habe ich wohl die Gedanken zu spät gelesen. Hier ist ein Spawner drin. Ja, ich weiß. Inkompetenz. Ach, hier sind Bäume. Ja. Du hast ein sehr kompetenter Survival-Game-Spiel. Bin doll. Ne, und doll. Styrite kann man einfach gar nichts bauen. Ist einfach nutzlos. Schön. Nein, es ist schön. Leute, ist ein Baum gewachsen. Das bringt's nicht. Such. Warum ist da jetzt ein Baum? Ja, ich dachte, wo kommt die? Wenn ich die Kassen wird gepflanzt habe. Wo hast du die Samen her? Hier. Ich habe hier einen Baum abgebaut. Ich habe keine ursprünglichen Bäume gesehen. Ich würde jetzt vorschlagen. Wir gehen in den Nether. Das ist mir auch gerade. Nein, das wollte ich eigentlich nicht vorschlagen. Ich wollte noch ein bisschen Stein wenigstens, damit wir sowas wie Eisen haben oder so. Ich kann dir vorstellen, dass wir hier... Oh mein Gott. Pass auf, wenn du in den Nether geht. Wir vor... Florian, wir gehen hier in den Nether. Lass uns mal in den Nether gehen. Aber hier ist eine Schule. Was? Hier ist dir nicht mal Gegner. Du kannst hier ran. Warte, warte. Ich höre mir trotzdem noch Steine. Ich kann mich nicht aufhalten. Can't stop, won't stop. Warte, komm mal mit in die Hölle, Ronja. Ich komme jetzt mit in die Hölle. Hä, was ist das hier? Liegesteinhaus. Kann ich das abbauen? Nicht abbauen, das ist schön. Ja, das ist aber Essen. Ach, Ronja. Immer husten. Ich kann nichts dafür. Oh, wie ist denn jetzt in die Schule? Hier sind richtig viele Sachen. Okay, aber hier ist nicht der Typ mit der braunen Wolle. Guck mal, guck mal, Ronja. Der hat einfach gelogen. Doch, hier unten ist er. Ist er hier? Vergetsam, Fing. Hast du was vergessen? Ich komme hier nicht runter. Ich werde blockiert. Oh, das ist meins. Der hat jetzt die braune Wolle für uns. Nein, danke. Hast du irgendwelche Neuigkeiten von meinen Freunden? Hä, was meint er? Äh, nö. Nö, haben wir nicht. Groß egoistisch. Flo hat sich einfach... Ich nehme mir nicht alles. Ich nehme mir mein Drittel, okay? Ja. Der hat sich die Tierrüstung geschnappt, weißt du? Da war kein Atopsel, also ich gucke ihn an. Hier, Ronja, nimm da. Oh, oh. Gierig. Okay, danke. Sehr nett von dir. Warte mal kurz. Jetzt ist nur meine persönliche Frage. Was will der von uns? Warum gibt er uns nicht die braune Wolle? Gib uns die braune Wolle. Gib uns die braune Wolle. Das ist schon eine Frecke. Ganz krass in Kehlen. Kehl den Wartops. Hier kannst du entchanten. Lass mal machen. Okay, und dann? Wieso hat der jetzt eigentlich hier ein Schwert? Warum kann ich das nicht wegnehmen? Wie kann ich überhaupt Sachen wegnehmen? Nö, nö, nö. Du kannst das einfach rechtsklicken. Aber das ist schwer bei den Rüstungsständern. Ich will das Schwert wegnehmen. Ronja, du musst rechtsklick drauf machen. Ich nehme jetzt erstmal die Schuhe. Ich hab doch schon rechtsklickt. Ich brauch noch eine Hose. Ich hab sie hingelegt. Das ist nett von dir. Nee, danke. So, dann hab ich jetzt ein Schwert, eine Spitzacke und eine Schaufel. Keine Spitzacke. Schlechte Spitzacke. Ha, Acker. Spitzacke. Ist irgendwo Wasser? Oben ist Wasser. Echt? Wo? Also, aber in der Parallelwelt ist Wasser. Der Parallel. Komm mal her, Ronja. Hast du schon verzaubert? Mich auch. Wie verzauber ich denn? Äh, du nimmst dir hier diese Dings aus und ein Lappes Lazuli raus. Also, ich nehme mir Lappes Lazuli und eine Bottle of Enchanting. Dann kriegst du das raus, was da ist. Das ist XP. Oh, okay. Das ist mal richtig gut. Gibt Spaß. Habt ihr Spaß? Warte, warte, warte. Ich muss hier gerade an was arbeiten. Ich bin ja an einem Projekt. Ey, lass mal die linke Spalte drin. Da kriegt jeder von uns ein Item, glaube ich. So, ich nehme mir jetzt. Juhu, das Schwert. Und was machen wir jetzt? Die Axt. Und jetzt noch die Schaufel. Wow. Wir können es richtig gut ausnutzen. Wieso? Wenn wir rüber zur anderen Insel. Hey, du fliehst, du es permanent. Es geht nur zwei Sekunden eigentlich. Wie fliehst du? Hä? Weil ich gleich abgehoben bin. Okay, zwei Sekunden. Wir können wir auf die anderen Insel. Okay. Warte, was? Warte, 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 warte. Und holt jetzt dein Zeug. Ich bin voll verwirrt. Ihr sagt mir nie, was los ist. Oh, was muss ich jetzt nehmen? Den Bogen. Nimm alles mit, was drin ist. Okay. Aber das sind keine Spalten. Jetzt tut man nichts auf den Weg. Ja, nimm deine Spalte. Nee, aber weißt du was? Ja, weil ihr einfach das erste Mal reingeht, ihr gierigen. Du machst doch mal einen Schaden. Ist ja noch irgendwas? Ja, weil ihr nicht erklären wolltet, wie ein Schaden funktioniert. Oh mein Gott. Da unten ist aber was. Echt? Warte, ich schieße dich auch mal. Nein, nicht. Dann fliegt Hubs auf. Hast du erst auf dein Leben geschossen, Runja? Nee, ich hab den Pfeil ausgewählt zum Schießen. Ey! Oh, okay. Und jetzt? Oh nein, ich bin schnapp. Oh nein, nein, nein. Oh, da unten ist was. Da leuchtet was. Nein, 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 nein. Drück, schiff, drück, schiff. Ey, wenn jemand von euch meine Items klaut, dann Dings, dann hätte sich den... Wie drückt man denn? Den Biberputze-Mann auf euch. Drück, schiff, drück, schiff, drück, schiff. Nein, 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 nein. Weil hier unten ist nichts offiziell. Das ist nur ein Leuchte-Dings. Das ist ein Bamboose. Oh, meine Items sind weeeeg. Gute, dass wir das festgestellt haben. Nein. Wieso willst du denn runterwetter? Ich wollte nicht runterfallen. Ich dachte, ich fall noch nicht. Da war es dann schon zu spät. Komm noch mal rein, komm noch mal ran. Ronja, hier, wenn du willst, könnt ihr Böcke geben. Oh, danke, das ist nett. So, das reicht, das reicht. Ich brauche das zu sehen. Tuft hat jetzt auch keine Items mehr. Ich finde es gut, weil wir brauchen auch einfach keine Items. So. Ja. Zum Glück habe ich viel, viel weg. Ich gehe auf die Pilzinsel. Warte, warte, warte. Der Typ redet. Der Typ redet. Heute ist mein Geburtstag. Nicht, dass du es wissen solltest, aber niemand weiß es anscheinend. Hä? Hier ist eine Mine. Hier ist Cube-Hemster. Cube-Hemster hätte gerne ein paar Melonen. Nö. Ich habe keine Melonen. Er sagt, ich suche nach einer Melone. Der braucht wohl mich. Warte, hier ist gerade ein bisschen Monster. Ja, hier ist keine. Schade, müsste Cube-Mester. Ja, es gibt eine Aufgabe. Vielleicht gibt es irgendwo den Geburtstagskuchen, den wir den Chip mitbringen müssen. Oh, warte, aber hier geht es runter. Huch. Hier ist so eine Art Geheingang. So, ich stehe drinnen, ja? Was? Ey, ich stehe nicht. Ich stehe drinnen, gleich hier. Ja, was ist das? Oh mein Gott. Neuer Wollschweig, confirm. Ah, das ist so ein Viechse mit Stacheln. Die greifen mich alle an. Oh mein Gott. Was? Das ist so ein Rattenmonster. Das ist so dunkel. Ich sehe nichts, Tops, rette mich, Tops, hilf mir. Ich kann dich retten. Was sind das für Viecher? Woher kommen die? Ah! Wisst ihr? Ich glaube, wir hätten besser mit Rüstung kommen sollen. Oh mein Gott. Ja, Tops, was hat denn da Rüstung passiert? Der hat verloren. Lass mich schon in Ruhe. Ah! Oh mein Gott, ich habe Ultro vielleicht mit gefunden. Okay. Okay. Wir haben alles, was wir brauchen. Nein, haben wir nicht. Wir waren nämlich tot. Wir sind traurig. Ich habe bessere Sachen hier. Oh Mann, eine Melone wäre perfekt. Runa läuft aber auch nochmal hin, ne? Wir sind keine Melonen, Mister. Brauchen wir Gold? Ich will jetzt eine Pilzkuh töten. Du musst mal ganz kurz warten mit dem Schlagen. Ach so. Du siehst doch dieses Schwert, weißt du. Dann verprügelt du die richtig. Guck mal. Die Kuh mag es zum Beispiel, wenn ich sie prügel. Hier. Diamonds! Ich verprügel sie richtig. Das ist schön. Okay, der will Diamonds. Du hast Diamonds. Aber der will eine Melone. Der will eine Melone. Die findest du wahrscheinlich im Dschungel, oder? Würde ich mal so callen. Im Jungler. Im Jungler. Ja, oder? Okay, keine Ahnung. Ich baue... Ah, ne, ich kann mich nicht rüberbern. Ich habe schon wieder keine Materialien. Die habe ich irgendwie verloren. Der Baum hat wie gewachsen ist. Hä, den Wegs doch gehabt. Ja, aber der Baum macht ja keinen Weg zur Dschungelinsel. Doch. Nö. Hört doch einen, du spielst Minecraft falsch herum. Ja. Ich baue hier gerade einen Weg. Mhm. Ja. Ey, sollten wir uns vielleicht mal eine Kiste machen? Ja. Meinst du? Soll ich am besten eine Diaspitzack oder ein Dierschwert? Ich glaube, ein Dierschwert ist besser, oder? Äh, ja. Ich habe ein Dierschwert gemacht. Ja. Ich habe gar nicht gedacht, ich habe nicht mehr drauf gewartet, was ich sage. Das ist schön. Das klingt... Ich bin auf der Dschungelinsel eingekommen. Ich habe Tops mit Beuermann eingebaut. Es ist soweit. Tops einfach ein, nicht satirfreundlicherweise. Tops nicht, ich wollte dich nicht hauen. Oh nein, oh nein, oh nein, komm wieder hoch. Jetzt suchst du dieses... Er ist einfach gucken... Und er fällt- Er fällt! So, ich nehme die Dias-Schwert. Ey, disposal nicht! Ich falle nicht runter, ich brauch das. Dann nur wegen der Wissens-schaft... Ey ist hier nix? Ich schrijkh! Ich hab hier gesehen, dass hier n Mina ist. Sooo... Hier kriegst du Eisen Flur. Seid ihr jetzt schon auf der Bremse? Wo seid ihr denn? Auf der Jongensel Die komplette Tierrüstung Ja, ich mein, wenn einer sie braucht, dann ja wohl ich Dann springst du runter Warte, schon mal den Baumhaus oben? Nee, aber kein Ding, ich kletter da jetzt hoch Oh, da war eine Treppe drin Ich oben ist jemand, wenn ihr hochkommen wollt Wir haben fucking Wir haben sogar Melon Seeds Und mit unserem Träumchen Da fucken wir ja nicht lange Hopps, warum Kennt ihr so Momente, wo ihr manchmal Alle eure Lebensentscheidungen in Frage stellt Und euch denkt, was tue ich Alle eure Lebensentscheidungen Da oben ist der Typ Und ihr euch denkt, was ist denn da los Soll ich schon mal weggehen Und Melonen anbauen, ich glaube das ist das einzige Was ich wirklich tun kann Ja, ich will Melonen anbauen Ich hab schon Melonen Ja, ist mir egal, ich will Melonen anbauen Vielleicht darüber mal nachgedacht Ich hab gehört, der weiße Kram da drüben Also der Schnee wahrscheinlich Wo ist der Schnee? Ich hab Schnee schon gesehen Da ist spaßig Das sind Schuppen Er will mit dem Schnee spielen, alles klar Was will er noch machen? Florian isst kennet die weißen Schnee Den gelben Schneeweiss Ist das falscher Schnee? Es ist nicht sehr kalt Nein, das sind Schuppen Das sind Schuppen Ach hast du ihm den Dings gegeben? Den Stein? Ja, aus Versehen Das wollte ich nicht Warte, Ronja, okay, Ronja. Ne, gib mir den Stein wieder weg. Er... Ne, auf meinst du noch ein Vollstück und der noch ein Steinweg. Warte, willst du probieren, dich rüber zu schießen auf die Schneesel? Ja, gib mir die Enderperre. Den Schnee in der Pferde. Aber du musst hoch aimen, okay? Ja, ich weiß. Und gleich schmeißt er sich jetzt nichts und dann stirbst du mit der Diarrüstung. Seh die Diarrüstung besser vorher aus. Oh mein Gott! Hast du's? Ja. Und gleich stirbst er auf der Insel. Egal, was du machst, das ist der Eisbär, da greift ihn nicht an. Der ist... Vorne, der sich vergreif ich fast. Alles klar, ich hab's ihn gar nicht gesehen. Oh nein, das sind zwei. Das ist ein Eisbär Baby, das sind ja nicht Toops. Wow. Wer ist denn, dass wir angreifen? Oh, es sind zwei Kleine. Die sind ganz süß und die rennen hinter ihrer Mutter her. Hi! Das Kleine kann ich angreifen, das rennt nur weg. What the hell? Du probierst... Das ist ja nicht Toops, das greife ich an. Oh oh, wenn du das Kleine angreifst, wird aber die Mutter böse. Nein, das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Guck, ich hab das Kleine gerade angegriffen. Der Kleine fliegt in sein Iglu. Ich glaub, ich hatte akkessieren gegen Baby-Eisbären. Hier sind Schneemann, ist das böse? Nö. Der Schneemann hat mir jetzt... Nein, ich liebe Baby-Eisbären, die sind niedlich. Ich wusste, dass... Ich wusste, dass sie nicht sterben werden, weil sie sind groß und stark. Okay. Und warum legst du sie denn? Hier ist ein Ofen. Echt? Mhm. Kannst ja auch Ofen für alles sein. Hilfe! 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 Ich hab jetzt Schneebälle übrigens. Weil ich den Schneemann gekillt habe. Echt? Ja. Brauchen wir irgendwo für irgendjemanden die Schneewelle? Wahrscheinlich, oder? Für den Typen gerade beim Dschungel, der wollte das. Oh, die muss ja krass mich an. Glaube ich. Oh, oh. Soll ich pforten? Ja, bitte, bitte. Danke. Okay. Jetzt musst du dem Schneewald dem Typen umgeben. Ah, ist klar. Was ist sowieso Schnee? Hier. Nimm... Nein, nein, nein! Rechtsklick. Ich hab gerechtsklickt. Das hat ihn auf ihn geworfen. Äh, gib mal einen her. Ja, jetzt. Hier. Das ist, wie sich Schnee anfühlt. Schnee. 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 Schwerenort. Okay. Wir haben sein Vertrauen verdient. Bitte gibt das Kuhmagnet, wenn wir ihn sehen. Klaro. Gib mir das Buch. Was hat er... Ah. Okay. Hier steht ein Buch. Da steht drauf, cool. Da steht, hallo Kuhmagnet. Schnee ist kalt. Ja. Ich hab jetzt endlich welchen gehabt. Der Fremde hier hat mir geholfen. Kannst du ihm eine Belohnung geben? CDF. Ey, ist irgendein Typ auf der Schneeinsel Ronja? Hast du geguckt im Mikro? Ja, war aber nicht. Das war nur der Schneemann, den ich umgebracht hab. Okay, Florian. Ja. Nimm das Buch. Du stirbst hoffentlich nicht so sehr wie ich. Willst du? Schieß den Enterprise zu der, äh, zu der Wüsteninsel. Zu der Wüsteninsel? Der Typ da braucht das. Ja, ich war da grad. Was braucht der? Äh, den Butterbottle, glaube ich. Weil er ist am verdursten. Mhm, mhm, mhm. Ich sag nur, wenn ich jetzt abstürze, dann haben wir keine Waterbottle mehr. Ronja, Ronja. Ey, ich glaub, es gibt doch nur ein Waterbottle. Hab's geschafft. Okay, nice. So durstig, sagt er. Kein Ding. Wo ist er denn? Ich seh ihn nicht. Jasper, oh, der liegt da. Oh, dem geht's nicht gut. Ronja, in jedem Iglo gibt's den Geheimgang. Ja, aber der bringt dich um. Hey, jetzt nicht mein Schneemann. Ich hab gehört, die sucht nach der braunen Walle. Ja, weil ich den umgebracht hab, Florian. Hör doch zu. Weil in dem Iglo war noch ein Geheimgang. Halt, ja, das stimmt, Mann. Ich mach keine Geheimgänge mehr. Meine Kamera fängt an zu backen, seh ich grad. Oh, geil. Und hab meinen Dank, lieber Freund. Gerne doch. Äh, falscher Sand. Er ist fast in der Wüste gestorben. Okay. So, wo ist denn? Oh, guck mal, hier ist ein Häschen, die sich die ganze Zeit umbringen. Äh, wie komm ich denn jetzt zurück? Oh, wie süß. Guck mal, die springt runter. Guck mal. Guck mal, die schläufe den Tod an, statt mit dir in der Nähe zu sein. Freunde, wenn du stirbst mit allen Eiters bin ich böser. Ja. Du darfst jetzt aber nicht sterben, ne? Und ich hab extra die Di-Errüstung. Komm, komm wollen hier. Ja, der T-Brickende Melone. Ja, weil du hast das falsche. Oh mein Gott, der greift mich an. Auch jetzt. So, tups. Sicher, dass er dich angreift? Ne, der hat nur gebrüllt. Tups, tups, ich vertraue dir hier was an. Bitte, nimm das. Ich will das nicht. Ich will nicht damit sterben. Kann ich das verbrennen? Bitte nicht. Okay. Das sieht cool aus mit meiner Di-Errüstung. Ach lol, wir brauchen eine ganze Melone. Das heißt, wir müssen die anbauen. Eine Melonenblock will der. Manchmal tut's weh mit Flo zu spielen. Einfach aus verschiedenen Gründen. Wusstest du, dass man einen ganzen Block braucht? Ich wusste es. Ja. Er sagt, eine Melone nicht. Ein Stück Melone. Es gibt ja einen Grund, warum wir das anbauen sollen. Genau, Flo. Holz. Haben wir nicht Bone Mehl? Doch, ich hab Bone Mehl. Mir doch egal. Bone Mehl. Bone Feier. Bone Mehl. Wisst ihr, was ihr seid? Doof. Lustig. Danke. Ich krieg langsam Hunger. Kriegt ihr auch langsam Hunger? Ja, aber guck mal, ihr braucht keinen Bone Mehl. Guck mal, die wachsen so schnell. Guck mal, die wachsen so schnell. Ach, stimmt. Die haben die Tickrate. Das ist ja verrückt. Das ist wie Survival. Einfach auf. Guck mal da. Ja, aber du brauchst neun Stück. Dann kannst du das craften. Ich hab fünf. Ja, Flo. Ich hab acht. Oh mein Gott, top. Auf, Bäume mir. Hallo. Nicht? Ich bin Philo. So, also. Wo ist denn der Crafting Block? Hier, ich bin. Kannst du sogar sagen, welche du nehmen willst? Die im Portal zwei hier oder der in dem Haus. So. Ich hab ne Melone. Boah. Okay, dann bring's die. Boah, ich ess die erst mal ein Stückchen erstmal. Ja, genau. Isst die und dann haben wir keine mehr. Ja. So. Wo ist der Typ, der das will? Ey, hast du das Item für Q-Magnet? Das ist ja tops. Und das andere Item hast du. Ja, das Buch. Ja, das Buch mein ich ja. Oh Gott. Ja, dann müssen wir in Nether. Ja, stopp, stopp, stopp. Das sind zwei Bücher. Tops hat eins für Q-Magnet und du hast eins für Q-Magnet. Man kriegt immer eins. Äh, okay. So. Ich muss hier bei der... Stopp! Wer will jetzt die Melone? Der bei der Pilz-Dings. Wo ist denn die Pilz-Dings? Pilz-Dings. Da, wo die schöne Brücke hinführt. Ah, die schöne Brücke. Die... Der will jetzt noch mal. Der freut sich. Der sagt, ah, eine Melone wäre perfekt. Habe ich ihm eine Melone gegeben? Sagt er, perfekt. Alles klar. Und jetzt? Gib das Q-Magnet. Er weiß, was damit zu tun sein wird. Er gibt dir auch ein Buch. Melonenkrieg. Kann das sein, dass wir von allem irgendwas für Q-Magnet kriegen? Okay. Habe ich halt auch vorher schon gesagt. Aber du hörst halt nicht zu, ne? Ne, ich hab jetzt nur eins... Ich dachte mir jetzt... Okay, es sind nur zwei... Du bist ja das eine Mal runtergefallen, ne? Du weißt, du kannst dich auch wieder nach oben bringen. Ne. Doch. Wo war das? Wo war das? Wo war das? Die machen mir Angst. Ich hör die. Ich hör die da unten. Ich mach die. Ist das hier? So. Also wir müssen jedem das geben, was er will. Dann gibt jeder uns ein Buch. Dann gehen wir zu Q-Magnet mit. Frag mich was. Wir gehen jetzt erstmal zur orangenen Insel rüber. Lass mich in Ruhe! Geh weg! Hast du da gute Erfahrungen mit, wenn du das jemand gerufen hast? Bei der Orange ist der Typ, der Geburtstag hat. Aber niemand interessiert sich für seinen Geburtstag. Ich weiß nicht, was der haben will. Ohhhh. Vielleicht bin ich mit der Korte. Vielleicht bin ich mit der Korte. Ja. Aber wie craft wir denn? Mit Milch? Mit Getreide. Oh nice. Mit Milch. Und mit Ei. Mit Ei. Ach hier ist Getreide sogar drin in der Kiste. Was will der Typ denn jetzt hier von mir? Vielleicht will der nur spielen. Okay. Nur kurz damit du weißt, was ich gerade mache. Ich bin gerade bei der Ace Insel. Hier ist ein Typ. Du doch nicht. Und da war ein Villager zu einem Zombie infiziert. Und jetzt habe ich den geheilt. Aber jetzt passiert nichts. Ja, weil der bei der Eis Insel einfach nur Wasser wollte. Ah ne. Der Zombie Typ. Bei der Wüsteninsel meinst du. Oder? Ne Eis in... Da gab es Untergrund auf was. Ja, keine Ahnung. Hat der irgendwas gesagt? Nö. Ich sammle Sachen für den Kuchen, okay? Stell dich mal vor, man fällt jetzt runter und verliert die Bücher. Ich würde sagen, wir sammeln die Bücher eigentlich in der Kiste und machen uns damit nicht auf Solo-Abenteuer. Hast du schon gemacht? Ja, aber ich glaube, zum Beispiel... Flo hat nämlich sein Buch noch... Okay, nein, 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 das glaube ich erstens nicht und zweitens hast du den Buch nämlich noch, gell? Ja, ja, aber ich komme nicht zurück. Partner hier auch noch. Aber keine Sorge, ich fall ja nicht runter. Ja, tust du in die Kiste und neben dem Porta, da habe ich sie auch eingetragen. Zu spät, ich bin jetzt hier auf der anderen Insel. Hier ist Feuer. Okay, der bocht den Kuchen. Hier sind vergiftete... äh, die Kartoffeln. Okay, 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 okay. Okay, du schreit wie ein Mädchen. Ah! Nein, ich will dich nicht! Okay, irgendjemand wird vergiftete Kartoffeln wollen. Guckt schon mal nach... Hast du ein Geheimgang gefunden, ne? Guckt schon mal nach, Kius, wer die Kartoffeln gerne hätte. Ah, ich glaube der Kuchenmann fehlt noch. Also Pilzinsel haben wir. Ja, die Vulkaninsel, der Typ oben will noch einen Kuchen. Ähm, dann... Jetzt schon haben wir. Wüste haben wir. Eis backt ein bisschen rum, glaube ich. Eis weiß ich nicht, was du da gemacht hast, ehrlich gesagt. Eis baue ich mich jetzt einfach nochmal rüber, okay? Oh mein Gott, oh mein Gott! Nein, nein, nein! Wart mich auch, bocht mich auch, bocht mich auch, bocht mich auch, bocht mich auch! Ist egal, die Items sind safe hier. Das reicht mir. Warum brauche ich den Gold? Oh, das brauche ich überhaupt nicht. Warum hast du so bald hier? Ne, das hatte ich nicht. Hier nimmts. Will ich nicht. Hallo, Zombiemann! Nicht angreifen! Oh nein! Oh nein! Fade, Fade! Oh nein, er vergiftet mich was! Bist du wieder tot? Ich bitte ran! Hilfe! Nicht am Rand laufen, lass dich wenigstens in der Mitte töten. Ich will nicht sterben! Warum greifst du denn auf? Die Schweine, Zombie! Ich wollte nicht! Ich geh ins Portal, ich rette mich! Und du stirbst. Drei, zwei, eins. Irgendwie der Post hat abgebrochen. Ich geh jetzt hier mit. Ich bin sicher! Ich bin sicher! Ich bin sicher! Ich bin sicher! Nö, du musst in einem Iglu den Boden abbauen, den Teppich! Kann jemand essen für mich? Schau mal! Ich glaub, du kriegst das. Ich hab nur noch ein halbes Herz. Ich hab nur noch ein halbes Herz. Ich hab nur noch ein halbes Herz. Weil ich regeneriere nicht. Egal, Leben am Limit! Oh, hi! Schreibt er. Goldener Apfel! Wir haben oben Äpfel! Und wir haben Gold Ohr! I used to have a pet. Kaktus. He died! Nein! Schau mal! Du musst einen Villager, der Zombie ist, mit einem Weakness-Tank abschießen und dann dem einen Gold-Apfel geben. Dann heilt er nämlich. Das dauert aber fünf Minuten. Ja, dann wirf den. Aber du musst es abbauen zuerst. Damit du den wirklich triffst mit der Pause. Der blubbert schon. Der blubbert. Geh weg, geh weg, geh weg! Bin schon weg. Oh, oh! Der Zombie visiert. Oh, der wackelt! Der wackelt! Hat er da so'n Krrrr gemacht? Nee, du macht den. Ey, Macalana. Ja, der hat Krrrr gemacht. Okay, okay, okay. Dann heilt das. Aus wie ein Kaktus. Das dauert jetzt, glaub ich, vier bis fünf Minuten. Was für ein Kaktus? So, äh, jetzt ne. Wie weit sind wir im Kuchenprojekt? Ah, ich weiß nicht. Was fehlt denn noch? Ja, keine Ahnung. Wo hast du gesagt? Zucker, Zucker brauchen wir. Habt du Zucker? Nö. Oh, ich hatte aber irgendwo Zuckerrohr gesehen. Huch. Hattest du das, Ronja? Ja, hab ich. Ich hab ja abgebaut. Hattest du das wirklich, Ronja? Weiß ich nicht. Ich hab's abgebaut, dann war's weg. Hier ist es doch, hier ist doch, hier ist doch. Ronja. Wie ist es hier? Ja, du kleiner Eichel. Ich bin... Ja, ne? Der heißt Tobs. Pfff. Pfff. Nice. Läuft. Warum werde ich hier tötet? Hast du ihn angegriffen? Nein. Vielleicht war der verärgert, weil der Menschen einfach nicht mehr vertraut hat, oder ist irgendein Grund? Ey, mach mal den Kuchen. Warte mal mit ein oder mit zwei Eilen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Sag mal, Digga, hier. Hast du vorhin meinen Pankungsflagern? Warte mal, Digga, ich mach dich fertig. Kuchen! Ich geh zum Kuchenmann. Wusstet ihr? Ich hab ne Doku geguckt. Der Borkenkäfer zerstört Wälder, haben die gesagt in der Doku. Okay. Hier, der hat nen Kuchen. Geht ihr dich da als Borkenkäfer? Kein Kuchen. Ich war das ja nicht. Er freut sich jetzt über den Kuchen. Er sagt, danke. Du kehrst mehr als sonst überhaupt jemand. Du kehrst mehr als sonst jemand über den Hof. Du kehrst mehr als sonst jemand über den Hof. Du kümmerst dich mehr um mich. Sagst dich mehr. Gib dein Buch. Er gibt mir ein Buch. Mein Geburtstag für dich. Er ist ganz schön selbst bezogen hier. Niemals mein Geburtstag. Aber der Fremde hat mir nen Kuchen gegeben. Weißt du warum ich dem Kuchen gegeben habe? Weil er ne halbe Stunde rum gemeckert hat. Nein, nein, nein. Keiner gibt es nicht. Oh, mir kaputt. Mich kaputt. Okay, warte. Okay. Ähm. Karsten left the game. Tupf, gib Teleporter ein. Und ich zeine erst, wenn du sie eingibst. Ich hab vier Bücher oder so. Warum nimmst du die denn mit? Warum nimmst du die denn mit? Die waren in der Kiste. Sicher verstaut. Nein, nicht alle aus der Kiste. Die zusätzliche. So viele gibt es aber gar nicht mehr. Nö. Doch, die gibt es wieder. Die sind alle wieder. Wir haben jetzt manche doppelt. Das macht doch dann keinen Sinn. Wir haben doch dann alle. Warte, 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 warte. Wir haben sechs Bücher. Ja, aber ich hab ein neues. Drei. Was hab ich gerade? Es gibt aber auch nur sechs Inseln. Oder? Ja, aber ihr habt die Melonen noch nicht dem Typen gegeben. So, hab wir. Okay, dann haben wir das doppelt. Gib mir dein Schwert. Gib mir dein Schwert. Hier ist dein Schwert. Nein! Deine Enderperlen kriegst du auch nicht zurück. Nur, dass du es weißt. Haben wir jetzt wenigstens alles? Wir haben sechs Bücher. Gehen wir jetzt zu kümmern. Ne, aber eins ist doppelt. Nein! Ja, es sind sechs Bücher. Aber du hast Melonen und krieg neun. Melonen aus. Melonen. So. Wir hätten eigentlich alles gehabt schon. Ja, nimm alles mit und lass ihn leider gehen. Ich nehme Melonen und krieg zwei nicht mit. Nur, dass du es lässt. Nein! Das war ein schönes Geräusch. Alles, danke. Guck, guck mal. Guck mal, Rony hier. 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 Boah, krass, ne Ronja? Ey, guck mal, ist ja im Keller hier. Ihr wisst ihr, was ihr seid? Ihr seid immer nur doof. Aber alle beide. Aber auch ganz schön doll und blöd doof. Ne, eigentlich nicht. Ist nicht jetzt gemeint von dir. Das ist was. So. Hier, Buch Nummer eins. Hey, das neue Rüstung hier. Und. Okay. Ich hab keine Ahnung, was das heißt. Aber er klingt froh. Alles klar. Danke, dass du ihm geholfen hast. Hier, nächstes Buch. Okay. Keine Ahnung, was das heißt. Aber er klingt, als wäre er froh. Sagt dir, ist das einfach jedes Mal? Äh. Kann man vielleicht, dass du ihm einen Stopp gegeben. Ha. Was ein Typ. CDF denkt, äh, dass er, dass er Brad Pitt des Mapmakings ist. Ja. Du hast mir mein eigenes Buch gegeben, ernsthaft? Ich weiß, was da drin steht. Ich hab's geschrieben. Ups. Ich weiß schon, dass du Brad Pitt geholfen hast. Äh, ich mein CDF. Oh, yeah. Ja, hab's verstehen. Hab's, hab's verstanden. Ist sonst noch was? Ah, natürlich. Es ist Rons Geburtstag. Wir hatten eine große Überraschungsparty geplant. Aber du hast ihm schon einen Kuchen gegeben. Ha. Ja, hab ich doch jetzt ihm schon gegeben, oder nicht? Ja, ja. Keine Ahnung. Der, der, du beschwert's nicht nur. Der sagt dich einfach Dank dir. Irgendwie. Ach so. Ne, der nimmt dir ja nicht. Du kriegst die wieder zurück, oder? Nö. Okay, wie, was hast du noch welche? Ich hab noch mal Birthday und braune Wolle. Von Kuhmagnet. Okay. Naja. Au. Sonst nix. Irgendwas stimmt da jetzt nicht, ne? Haben wir nicht alle Bücher? Warte mal. Wir haben jetzt hier... Tops! Immer noch hier, sagt der. Ja, die meisten von uns. Alter, Tops. Gib uns bitte doch mal hier was. Hier, nimm dein eigenes Buch. Hier, bitte. Ja, aber wir haben jetzt alles, oder? Nimm das. Nimm das. Oh nein, uns fehlt noch das von der Schneeinsel. Ahhhh. Oder? Ja, stimmt. Nimm das nicht. Ja, aber da passiert nix. Ja, aber... wieder. Ich dachte, ich würde noch mal töten. Aber ich würde noch mal töten. Das hat so Spaß gemacht. Ja, töten noch mal. Was für Adventure-ups in der Wand nicht für mich. Aber hier ist so ein Schnee, Mann. Warte mal. Nein. Ich mach jetzt das... Weißt du, Ronja? Ich mach jetzt das eisbärische Raumfahrt. Ich hab's. Hast du's? Okay, dann komm her. Und wir gehen runter. Wir gehen wieder zurück. Einer von euch muss kurz in die echte Welt gehen. Nein. Ich bin in der echten Welt. Dann, dann. Dann, dann. Okay. Nice, ich bin hier. Okay. Dann, dann, dann. Ich hab die Ware. Vielleicht werden fliegen jetzt auf einen anderen Planeten, um da sich nur zu besiedeln. An einen besseren Ort. Ja, an einen besseren Ort. Okay. Jungs und Mädels, ich hab die Ware. Yay. Ah, nein. Ich fall runter. Okay. Ja, ist schon wieder so eine Hexe. Tups. Wie machst du das eigentlich? Ja, ist echt so, als ob man jemals runterfallen würde. Ich hör, bei Ronja, bei Ronja ist es ja ein Unfall, aber bei dir? Was? Ich hätte es habsichtlich gemacht. Das war ein Unfall. Gibst du ihm das Buch? Okay. Ah, Gesundheit. Danke. Okay, der freut sich, dass der nicht mehr über seine tote Pflanze rumheult, weil ihn das genervt hat. Okay. Gibst du uns jetzt die Wolle? Der sitzt denn da und ist so, ja. Hast du das vergessen? Ich bin einfach hier. Nein! Hier, nimm dein blödes Ron hat Geburtstagbuch. Du nervst mich. Hier, nimm. 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 Ich mach's immer nur auf. Er hat alle Bücher aber eigentlich. Did you need something? Ja, die Wolle, du Idiot. Braune Wolle. Warte, gib ihm das. Oh, richtig. Die braune Wolle. Ja, der nervt einfach nur. Okay, deal ist deal. Hier kriegst du sie. Du musst essen. Die braune Wolle. Hörst du dich. Er hat sie. Ja, er hat sie. Ja. Endlich. Wir sind raus. We did it. Sind wir fertig mit der Map? Warte. Wir sind fertig mit der Map, oder? Ja. Warte, sind wir fertig mit der Map? Okay, gut. Jetzt, Tops, willst du sie fangen? Ich glaube, wir sind fertig, oder? Ja. Tick sie. Tick sie. Tick sie. Diesmal halte ich sie. Ah! Alles klar. Syre Vival complete. Gut, dann war es das aber auch. Survival. Warte kurz. Was? So warte. Ähm. Äh, äh, ja. Alles klar. Dann war es das mit dieser Folge Diversity. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da und genau. Schreibt einen Kommentar, wie gut ihr die Survival-Ecke fandet. Es gab gute Stimmen, es war nicht alles schlecht. Es gab gute Stimmen, es war nicht alles schlecht. Es war vieles schlecht, aber nicht alles. Was hast du denn? Was gibt es zum nächsten Mal? Ciao! Ciao! Ciao!